Zur Gangbang Toaster Party Oh mein Gott Gangbang Toaster Was geht's mit der Aufmerksamkeit? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video Ich wurde gefragt, ob ich auf Eskalation beim Herzblatt reagieren kann Und genau das werden wir jetzt auch tun Wir switchen rüber und let's watch Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer zu Hause Schönen guten Tag auch im Studio Herzlich willkommen zu Herzblatt 2020 Ich hab nichts gesagt Sind sie da unten oder warum guckt der da rum? Okay, das ist wirklich simpel Sehr einfach Vielleicht ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang Ja, die muss ich gleich mal anrufen Wo ist mein Händen? Welche Ausbildung hast du gemacht zum Beispiel? Ich bin der erste Vorsitzende im Club Die dritten Titten Unser Spruch geht so Wie sind die dritten Titten? Schon 100 Titten kommt hier Okay, gut Eine Frage habe ich aber noch Du bist bereits schon vor zwei Jahren hier Da hast du dein Herzblatt anscheinend nicht geladen Nein, war er nicht Weil ihr nur Hackfresser eingeladen habt Versteht ihr? Heute erwarte ich eine bessere Auswahl Ja, sonst fäng ich den Laden hier auseinander So, lass anfangen Sehr, sehr, sehr Eine allerletzte Frage Habe ich den Fressgeroden, Korinth? Und das sagt eine Frau mit Bart, ne? Das ist nur Hackfressen eingeladen Ja, Alter, das kam Bad, Dude Ja, ich fange dann Kandidat Nummer 1 Ich habe bald Geburtstag Achso Was schenkst du mir zum Geburtstag? Eine Rose Dann muss ich mal kurz überlegen Alter, was ist da los? Ich spüre Pussy-Alarm Habt ihr noch eine Frau hingesetzt? Na ja Wir dachten, dass du viel Ich hab mich von dir geredet Ja, egal Kandidat Nummer 1 Erzähl mal Tau Vielleicht Vielleicht würdest du dich ja über ein Messer freuen Auf jeden Fall würde ich mich freuen Damit du dir den Damenbart rasieren kannst Und das sagt eine Diochredenhand Das ist Ich hab jetzt damit gerechnet für die Grundschüler, oder? Ich fange aus auseinander, ne? Ich kann da nichts dafür Ich hab nochmal starke Haarwuchs, ja? Noch so Spruch, Kieferbruch Tut mir leid, tut mir leid Ich wollte dich verletzend sein Ich wollte mir das Eis ein bisschen brechen Einmal kann ich verzeihen, ja Einmal, ja Gut Würdest du dann bitte mit Kandidat Nummer 2 fortfahren, Lexa? Ja, weil klar Musst du nicht mehr so schreien Musst du nicht mehr so ausrasten, okay? Kandidat Nummer 2 Ich habe bald Geburtstag Was schenkst du mir zum Geburtstag? Naja, meine Süße Es gibt ja Spielzeuge, über die ich jene Frau freuen werde Wenn man sich die unten piebelt Ich brauche einen Mann Warum versteht ihr das nicht? Spreche, kosomoalbanisch oder was? Einen Mann nämlich verprügelt, verstehst du? Aber dieses Meisten ist doch gar kein Problem Ach, verstehe Die wird von Männern verprügelt Und als Rapper verprügelt sie die Grundschüler Weil sie den Mann nicht fast das macht sind Ich bin mal bei mir zu Hause Oder ein kleines Salomazo-Studio eingebaut Und da kannst du mich gerne mal besuchen Dann kann ich nämlich ein paar Schläge mit meiner Peitsche Auf deinem Popo auftragen Als der Moderator, wo bist du verantwortlich für die Kandidatenauswahl? Wie schlau, wie soll ich das draus machen? Kleid vor der Tür, ja? Greifen wir aus oder Friedhof? Entschuldigung, Regi, das geht so nicht Das will doch keiner sehen Das ist noch unterstes Niveau Können wir da kurz vielleicht ein Cut machen? Das Niveau ist super Ich auch Geil! Ich habe bald Geburtstag Was schenkst du mir zum Geburtstag? Es steht auch mit deiner Frau Oh! Mein Name ist Sami Und oh mein Gott Ich schenke dir natürlich meine neue Kollektion Review by Sami Du kriegst natürlich One Day with Sami Und natürlich mein legendär Christmas with Sami Oh mein Gott, nein! Ein schön Tag Was ist die dritte Frau? Was soll das? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich provozieren? Ja gut, im Grunde hat es recht Freut man schnell nicht, worauf es passiert, wenn man mich provoziert Ja, das willst du aber nicht wissen Deswegen freut man lieber nicht Um den ganzen Schrecken vielleicht dann auf ein Ende zu setzen Würde ich sagen, es gibt keine zweite Fragerunde Super Idee Dann kann ich euch mein DIY-Toaster-Delicious-Smoothie-Stormack-Strain zeigen Ja, sowas wollte ich schon genug Dann schwing dein Äthuhren ab zur Gangbang-Toaster-Party Oh mein Gott Gangbang-Toaster-Party Kingbang-Toaster-Party Wer kennt's nicht? Kingbang-Toaster-Party Ich freu mich Das glaube ich Ja, ja So eine Sendung habe ich persönlich auch noch nicht erlebt Was machst du so heute Abend? Nächsten Mittwoch kommt Willst du schon blöd gucken? Ja, der letzte Ausfall Was willst du machen? Wenn keiner weiter da ist Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da Wenn ihr noch nicht getan habt, abonniert Diesen Ende verabschiedet mich Und bin damit raus what's